Kapitel 20 Karawane Ja, ich komm ja schon So, anscheinend werden wir jetzt hier Durch so einen coolen Pass Reiten Mal ganz altmodisch mit Pferden Und die Karawane Der Schlipsträger angreifen Um Sully zu befreien Okay Wow Alles klar Alles klar, der Pass ist eng Ich werde aufpassen, mein Freund Alles klar Wow, das ist ja wirklich eng hier Oi, 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 oi Ja, ich passe ja schon auf Oh Da unten sind sie Alles klar Okay, dann müssen wir halt näher ran Das ist auch kein Problem Hier, eine Abkürzung Folge mir Alles klar Eine Abkürzung Sieht zwar jetzt nicht wirklich nach Abkürzung aus Aber der gute Kollege hier wird schon wissen, wo wir hin müssen Schließlich ist er hier der Anführer der Der Wüstennomaden Aber anscheinend hat die Abkürzung wirklich was gebracht Und wir sind fast unten Alles klar Alles Okay Oh, 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 okay Servus So So Sully, mich helft dir mal Hüah Wow, 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 wow Geil, hat sogar funktioniert Ja Mein Freund ist bestimmt ganz vorne Mann ist Wow Wow Fuck, das ist gar nicht Wow Das ist gar nicht mal so Leicht Okay, ich brauche jedenfalls erstmal eine neue Knarre Hüah Schnauze Was findest du denn da vorne Auf den billigen Plätzen Bam Okay Jedenfalls Äh, was haben wir denn hier noch? Knarre, alles gut Hüah Dann wollen wir mal weiter Ach komm, wir lassen die einfach mal Hüah Alter Wow Fuck Also wir müssen 100%ig erstmal den hier ausschalten Hüah Ja So Hüah Na, verdammt Bam Okay Dann wollen wir mal versuchen, den nach vorne zu erwischen Jawohl Hüah So Noch dich Oh Okay Warte So Pam Und den Mano Haben wir denn hier noch ein bisschen Muni? Okay Ah Das ist gar nicht mal so leicht Ja Jawohl Hüah Ich spring schon Hohohoho Alter Oh ja Wo kommen die überhaupt hier gerade alle her? Jawohl Na, kriegen wir dich? Kriegen wir dich? Jawohl Okay Ich übernehme den Motorradfahrer Wuhu Alles klar Schnell, durch die Schlucht Wir müssen zu den Porden mit Fahrzeugen Alles klar Dann wollen wir mal los Was? Rauch Hüah Ja Fuck Ja Du Arsch Au Ja Ja Das war knapp Ja Los Gib mir deine Hand Jo Schalim Danke Mann Alles klar Alter Wie viele sind denn das noch? Hüah Komm Beil dich Da ist mein Pferd Wo? Da Springerpferd Alles klar Okay Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen die Kollegen aufmischen Wow Hallo und Schüsikowski Und weiter geht's Leider ist die Knarre leer geschossen Er muss weiter dran sein Alles klar Keine Zeit rauf zu springen Sully ist dort vorne Wir märzen die jetzt einfach mal alle systematisch aus Wir sind fast an der Spitze Ja Juhu Sully 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 bist du der Dritt? Sully Wow Was geht ab? Was? Du Kla... Sully Yeah Sully Jawohl Sully 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 Halt durch Nein Ja 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 Pass auf Sully Ich kann nicht mehr Jo Sully Danke Und ich kümmere mich um den Klopper hier hinten Du willst Stress Du bekommst jetzt Stress Mein Freund Wow Ja So Schön auf die Momme Ja Und das ist für Sully Ja Wow Wow So Äh Hä hä Äh Scheiße Das war knapp Puh Jo Sully Alles klar mit dir Hey Oh man Bist du okay? Ja ja Alles klar Aber Ich dachte schon Ich seh dich nie wieder Mein Junge So leicht wirst du mich nicht los Hm Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe Salim Sullivan Danke Wir haben nicht viel Zeit Sie dürfen die Stadt nicht erreichen Also Ich weiß nicht Er hat recht Ich hab jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen Ich weiß nicht hinter was genau Malo her ist Aber es ist bestimmt kein Schatz Wir müssen dich stoppen Drake Wir müssen los Jetzt Yalla Es wird nie langweilig was Sully? Ha Darauf kannst du einen lassen Ja Hm Hm Was ist es bloß? Salim hat ja irgendwas von Genies und bösem Fluch erzählt Oh 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 Also das bestimmt nichts Gutes Und jetzt kommt auch noch ein Sandsturm Ich hoffe du weißt was du tust Vertrau mir Drake Vertrau mir Naja da bin ich ja mal gespannt Na super Nicht dass wir uns komplett jetzt trennen Wo ist der lieb? Wo ist der lieb? Der ist nicht bei uns Tja Ist ja super Und wo sind wir jetzt? Irgendwo und nirgendwo Zwei Klaus Lass dich Hm Die wissen wohl mehr als wir Tja Leider So Wollen wir mal hier durch den Sand sturmen Konvoi? Bleib zurück Sully Konvoi? Schau mir das an Wo? Alles klar Huh Okay Es sind zwei Und da hinten steht doch noch einer Komm wir überraschen einfach mal die Truppe hier von hinten Damit werden sie nicht rechnen Ja Was haben wir denn hier? Gut nehmen wir einfach mal die Sniper Einfach weil wir gerade nichts anderes haben Wir haben ja noch die kleine Knarre Okay Da vorne haben wir die anderen zwei Kollegen Huh Verdammt Pam Okay Da sehe ich nichts Wow Hüah Alter was bist du denn? Hüah So Kollege Wenn du hier mit einer Sniper rumballest So Jetzt haben wir mal ein richtiges Maschinengewehr Ja Wo sind sie? Ja Verdammt Man sieht so wenig Gut greifen wir einfach mal von hinten an So Pam Und nochmal von hinten und zack weg bist du mein Freund Oh Nehmen wir mal die Knarre Die hat mir schon viele gute Dienste geleistet Alles klar Alles klar Alles klar Wo geht's lang? Wo geht's lang? Was? Höra Sniper Ja Verdammt Erstmal den da hinten Der in den Horskopf da vorne Oh alter das ist ja ein richtiges Hoho Verdammt Erstmal nachladen hier Die kleine Knarre auch Naja es wird schon richtig ernst hier Da wir überhaupt nicht sehen Wohin überhaupt Was Wo So Mal gucken was hast du so schönes? Nichts was ich brauche Alles klar Ist die Frage War das jetzt der Snipertyp Der hier zu uns rüber gekommen ist? Naja Anscheinend zielt kein Sniper Auf mich So Ah Was ist Ja Verdammt Kacke Einfach mal fliehen Uns geht leider auch ein bisschen die Munition aus So wir nehmen uns jetzt einfach mal hier die Schrot Okay Sully Kampfrolle Okay Mal gucken Wir müssen anscheinend Noch ein paar Raketenwerfer holen Damit wir uns gegen die Gepanzerten Fahrzeuge wehren können Wow Huh Huh Vielen Dank.